Ganz, ja, Handlungs... Keine Ahnung. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flirt Fails. Einen wunderschönen guten Pia. Wir hoffen, dass du gleich gut bist. Phil hier mit neuer Corona-Frisur am Start. Ich auch, wenn ihr genauer hinguckt. Ich versteck sie nur unter der Kappe. Wir hoffen, ihr haltet die Stellung daheim. Und bevor es losgeht, kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar bringe ich bald mit dem lieben Paul Gude, Streetball-Legende, Skill-Development-Coach und King of Handles, ein Basketball-Trainingsprogramm raus. Und aufgrund der Corona-Krise und aufgrund der Tatsache, dass wir alle zu Hause sind oder im wunderschönen Office, haben wir eine Vorab-Version online gestellt. Die ist kostenlos. Und die enthält nur Übungen, mit denen ihr nicht den Nachbarn stört und die ihr zu Hause ganz easy durchführen könnt, um euer Ball-Handling zu verbessern. Das heißt, alle Baller, erster Link in der Beschreibung, geht einfach mal drauf, meldet euch an, ist kostenlos, um die Zeit zu überbrücken, bis ihr wieder auf die Plätze dürft. Das war's damit. Und jetzt legen wir los. Fangen wir mal an mit den schlechtesten Anmarsprächen der Woche. Ja, ich muss sagen, ich habe viel zu viele. Ja? Ja, ich wähle einfach zwei aus. Ja, ich habe auch zwei. Und die anderen droppe ich dann trotzdem danach. Okay. Alles klar. Ja. Mein erster Kandidat ist ein kleiner Harry-Potter-Insider. Oh je. Er schreibt, Du sprichst zwar keinen Pasel, aber du bewegst meine Schlange. Boah. Für alle Nicht-Harry-Potter-Kenner da draußen, so heißt die Sprache, die Schlangensprache, glaube ich, bei Harry Potter. Ja, das ist ganz schlimm. Aber ich glaube, selbst... Ganz schlimm. Da muss man schon an einen krassen Harry-Potter-Fan geraten, um dieser Spruch funktioniert. Und selbst dann ist es kritisch, glaube ich. Es ist sehr kritisch, ja. Ich kann mich gar nicht entscheiden, weil heute sind wirklich alle Sprüche, die ich habe, extrem schlecht. Also wirklich extrem schlecht. Ich fange mal mit dem an, den ich wirklich am schlechtesten finde. Okay. Und zwar schreibt der Typ, was geht. Was geht. Nice account. Aber weißt du was? Man muss von dir wirklich Abstand halten. Nicht, weil Corona da ist, aber weil du zu hot bist. Boah, schlecht. Boah, richtig schlecht. Das ist schon wirklich Endstufe. Das ist schon wirklich ultra-wag. Ultra-wag. Also Kandidat zwei, Abstand. Abstand halten. Ja. Kandidat Nummer drei, der ist aus der Netflix & Chill Alternativen-Reihe. Ich glaube, den habe ich auch bekommen. Echt? Ja, erzähl mal. Er schreibt, Fuck Netflix & Chill, I want to Mario Kart and steal your heart. Sehr gut, ich sage mal so. Wenn sie gerne Konsole zockt oder vielleicht sogar Mario Kart zockt, könnte der sogar funktionieren. Könnte funktionieren, ja. Könnte funktionieren. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Mario Kart, Kandidat Nummer drei. Ja. Ja, jetzt der nächste ist, vielleicht ist der sogar noch schlimmer. Du kannst ja in manchen Apps so Icebreaker verschicken. Ja, ja. Und er hat diesen Icebreaker verschickt und da steht, Hallo. Ich bin von der Gewürzpolizei und ich muss feststellen, dass sie ganz schön scharf sind. Boah, Alter. Die Gewürzpolizei. Die Gewürzpolizei. Wie kommt man auf so eine schlechte Idee? Leute, bitte. Bitte. Ihr enttäuscht uns. Ihr enttäuscht uns. Hört auf damit. Was ist das? Stimmt ab. Welcher Spruch war der schlimmste? Ich würde am liebsten allen vier in meine Stimme geben. Gewürzpolizei ist schon unser Verständnis. Weil ich mit den Nerven schon wieder am Ende bin. Let's go. Ich habe hier einen Kandidaten, der auch versucht, Corona so ein bisschen für seine Zwecke auszunutzen. Das ist jetzt auch der neue Trend. Das ist jetzt der neue Trend. Aber er hat das wirklich auf die Spitze getrieben auf eine ganz ekelhafte und schlimme Art und Weise. Er schreibt, hey, also erstmal in seiner Beschreibung. Hey, habe Corona, aber kaum Symptome. Suche daher auf diesem Weg eine heiße Corona-Schlampe, die ich mit meiner Corona-Sahne füllen kann. Was schon unfassbar abartig ist. Eine heiße Corona-Schlampe. Also, welche Frau da draußen fühlt sich davon angesprochen? Ey, der sucht ja mich. Pass auf, sie schreibt ihn dann auch an und schreibt, das mit Corona meinst du nicht ernst, oder? Naja, doch, warum? Und sie, hast du auch nur einen Funken Ehre in dir? Ja. Und er, andere machen Corona-Partys, aber wir kombinieren das Nützliche mit dem Angenehmen. Die anderen sind langweiler. Ich besorg's dir immerhin ein paar Mal ordentlich, bevor du dann dir die Immunität gönnst. Bevor du dir die Immunität gönnst. Ja. Das ist schon sehr verstörend. Die Corona-Schlampe. Die Corona-Schlampe kann sich Immunität gönnen. Ja. Also, an alle Corona-Schlampe gönnt euch. Gönnt euch die Immunität. Gönnt euch die Immunität, wirklich. Ja, ich habe jetzt hier erst mal ein Profil von einer jungen Dame. Die heißt Gamse. Also, so wie Ganze, nur mit M. Ah, okay. Ja, ja, okay. Die schreibt, hey, ich bin Gamse. Ja, echt, ich weiß jetzt schon. Ja, okay. Und ihr Profil ist auch relativ kurz und knapp. Da steht einfach nur, unter 180 brauchst du gar nicht zu schreiben, du Hund. Das ist schon sehr sympathisch, ne? Schon, ja, ist nett, ja. So, jetzt ist auch die Frage, was meint sie? Ich gehe mal davon aus, 1,80 Körpergröße. Aber es könnte auch 180 Höchstgeschwindigkeit im Auto. 180 Kilo Gewicht. Genau, 180 K Jahreseinkommen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall interpretiert dieser junge Mann das dann wie folgt. Pass auf, er kombiniert das sogar. Er geht auf ihr Profil ein und droppt danach noch ein Namenswort. Ja, darauf warte ich schon. Ja, ja, okay. Er schreibt, habe 180 Millimeter zu bieten. Kannst du daran mal Gamse Arbeit leisten? Boah. Ey, ich habe mich, ich habe auch, gerade weil du gesagt hast, ja, wie Ganze, nur mit M. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt kommt 100 pro irgendwas in diese Richtung. Ja, okay, aber den Wort finde ich gar nicht so schlecht. Und man muss sagen, sie hat halt einfach nur 180 geschrieben. Da fehlt die Maßeinheit. Das stimmt. Das ist ihre Schuld. Das stimmt, da ist sie selbst schuld. Man weiß nicht, was sie damit meint. Richtig. Ich habe hier einen Typen, der schreibt ein Mädel an mit der Frage, hey, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann? Fröhlicher Smiley. Dann schreibt sie, oh, gute Frage, ne? Und er, ich sehe mich als Gepard. Die Sonne der Savanne spiegelt mein warmes Gemüt wieder. Großkatze bleibt Katze. Ich genieße meine innere Ruhe und suche nach einem Ort, um mich niederlassen zu können. Trotzdem fließt in mir das brodelnde Blut eines Jägers. Mein Körper verlangt es nach Geschwindet und Erfolg. Ich bin ein dynamisches und ausgeglichenes Wesen, also ein Gepard. So, da denkt man schon so, okay, schreibt er aber in der Nachricht danach. Oder halt ein Elefant, damit ich eine Ausrede für meinen riesigen, dicken Rüssel habe. Damit hat man jetzt wirklich nicht gerechnet. Gar nicht. Was für ein Tier wärt ihr? Was für ein Tier wärt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommis. Inklusive Begründung. Yeah. So, ich habe jetzt hier einen legendären, sehr talentierten Geschichtenerzähler. Geil. Ja, geil. Und er hat sich wirklich eine sehr sinnvolle und stimmige Geschichte erzählt. Um das Herz dieser jungen Dame zu gewinnen. Perfekt. Und die Geschichte ergibt auch Sinn und der Verlauf dieser Story ist auch wirklich komplett schlüssig. Ja, ich glaube, dass man damit auch wirklich das Herz einer jeden Frau erobern kann. Er schreibt. Ich bin gespannt. Hi, wie geht es dir? Ich schreibe dir eine Geschichte, die du bis zum Ende durchlesen und als geheim betrachten sollst. Ein Chinese, der in den Vororten von Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus, lebt. Dann endet der Satz einfach, da fehlt einfach was. Leider gehörte er zu den ersten, die mit dem Virus infiziert waren. Und alle Behandlungen, die er erhielt, halfen ihm nicht. Bevor er starb, sagte er, dass er und einer seiner Freunde auf Fledermausjagd gingen, um Spaß zu haben und sich zu entspannen. Okay, ganz, ganz, ja, Handlungs... Ich weiß nicht, was das zu sagen soll. Egal. Ich bin schon selber komplett zerstreut von dieser Geschichte. Sie betraten während der Jagd eine der Höhlen in den Bergen eines Dorfes voller Fledermäuse und fanden eine verschlossene Flasche auf sehr seltsame Weise. Auf sehr seltsame Weise haben sie die gefunden. Oh, ey, auf was für eine Weise haben sie die gefunden? So, und jetzt kommt's. Die Form der Flasche lässt nicht darauf schließen, dass sie in China hergestellt wurde. Okay. Und jetzt kommt's. Als sie diese Flasche öffneten, fanden sie darin. Das ist jetzt das Ende der Geschichte. Und jetzt darfst du mal kurz raten und ihr schreibt mal genau jetzt in diesem Moment in die Kommentare. Und dann lesen wir nachher, was euer Tipp war. Ihr schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, was sie darin fanden. Haltet das Video kurz an. Schreibt bitte jetzt in die Kommentare, das wird bestimmt lustig. Okay. Was haben sie in dieser Flasche gefunden, wenn ihr euch jetzt so die Geschichte angehört... Also, die waren auf einer Fledermausjagd in irgendeiner Höhle und so. Und da war eine Flasche, die nicht die Form hatte, also die darauf deuten ist, dass sie aus China kommt. Genau, richtig. Auch sehr wichtige Information. Jetzt bitte euren Tipp abgeben und du auch. Und da war etwas drin. Was könnte in dieser Flasche gewesen sein? Vielleicht das Heilmittel für Corona? Ja, also Phil sagt das Heilmittel für Corona. Eure Kommentare werden bestimmt auch spannend. Aber was wäre das für eine Geschichte? Jetzt löse ich es auf. Das ist eigentlich eindeutig. Jetzt kommt Cola. Haltet euch fest. Als sie diese Flasche öffneten, fanden sie darin ein Papier, in dem geschrieben ist, dass du die schönste in diesem App bist. Wie kann man uns so verkacken? Ja, vielleicht hat es ja einer von euch herausgefunden. Wahrscheinlich werden das jetzt viele auch so in die Kommentare schreiben. Auf einmal, also viele schreiben jetzt so in diesem App und wussten das, haben genau das gelaten. Also, du hast auf so vielen Ebenen verkackt und dann auch noch Rechtschreibfehler. Aber heftige Geschichte. Die schönste in diesem App. Das war schon ein krasser Spannungsbogen. Ja, auf jeden Fall. Einleitung, dann wirklich so der dramatische Höhepunkt. Und was mich auch wirklich immer noch beschäftigt, dass dieser erste Satz einfach mittendrin endet. Der baut schon so richtig Spannung auf. Ein Chineser, der in den Vororten von Wuhan, dem Epizentrum des Coronavirus, lebt und dann ist einfach so alles frei. Dann steht nichts mehr. Ey, endgeil. Richtig geil. Ja. Das ist eine heftige Geschichte. Auf jeden Fall. Ich glaube, damit wurde sie auf jeden Fall erobert. Ich glaube es auch, ja. Ich habe hier noch einen Klassiker, Bad Escalated Quickly, darf nicht fehlen. Der Typ schreibt, hey Schöne, du siehst einfach wunderschön aus. Oh mein Gott. Und ungefähr 60 Minuten, nee, 80 Minuten später, ey du Hure, zu hochnäsig zu schreiben oder was? Und dann schreibt sie, du Hurensohn. Come on, ich bin vergeben, also kein Ficky, Ficky, Lecky, Lecky, ne? Also hier, Flirtface-Show schon, perfekte Abfuhr und er, da verpasst du was. Du hast doch gar keine Ahnung, wer ich bin. Oh, jetzt geht das wieder los. Aber lass gut sein. Und dann schreibt sie, uff, tut mir leid, kann nicht schreiben, Management, ne? Ja. Klassiker. Sehr gut. Und dann er aber noch, du Fotze, du bist mir eh zu hässlich. Bam, das war's. Classic. Da ist wirklich alles drin. Klassischer Bad Escalated Quickly mit du bist mir eh zu hässlich am Ende. Das ist wirklich der Klassiker. Wie aus dem Lehrbuch. Das ist so der Standard-Move. Dann beenden wir das Ganze doch mit einem Namenswortspiel. Auf Englisch. Okay, okay. Es funktioniert auch nur auf Englisch, aber ihr seid ja alle der englischen Sprache mächtig. Natürlich. Deswegen. Die junge Dame heißt Karen. Und es sind sogar zwei Namenswortspiele. Er schreibt nämlich erstmal, you are so cute, it's scaring me. Okay. Also du bist so süß, es macht mir Angst. It's scaring me, ja. It's scaring me. Okay. Gar nicht schlecht eigentlich? Sie schreibt nur, huh? Und dann will er das erklären und schreibt, I tried to make a pun out of your name. Also ich wollte ein Namenswortspiel machen. But I guess you didn't care enough to notice. Ey, die sind aber gut eigentlich. Die sind nicht schlecht. Entweder klingen sie nur besser, weil es Englisch ist. Und die nicht so wack rüberkommen wie im Deutschen. Aber ich finde, die sind eigentlich ganz, ganz gut. Und sie schreibt dann auch, what? Also ich glaube, der Fail ist in diesem Fall echt auf ihrer Seite, weil sie es einfach gar nicht checkt. Ja, ja. Leute, das war es auch schon wieder. Das war es auch schon wieder. Einiges dabei. War schön. Also mich hat diese Geschichte wirklich inspiriert über diesen Jungen in der Höhle. Ich bin auch auf die Kommentare gespannt. Also wenn es da mal wirklich einen Roman gibt oder sogar eine Verfilmung. Oh ey, das wäre krass, ja. Das wäre krass. Da würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Vielleicht drehen wir den Film auch irgendwann. Ja. Ja, mach mal ein Crowdfunding. Kickstarter. Ja, Kickstarter-Kabonier. Und drehen wir diesen Film. Und wenn wir 100.000 Euro gesammelt haben, drehen wir diesen Film für euch. Und der fängt aber auch wirklich an mit so einer Erzählerstimme, die diesen ersten Satz genau so vorliest. Und dann kommt einfach auch so ein schwarzes Bild. Dann kommt einfach so nichts. Ey, perfekt. Ein Junge, der in Wuhan lebte. Und dann geht es so mitten in der Handlung weiter, wie er so gerade im Sterben liegt. Und sagt, ich will jetzt nochmal in eine Höhle. Ey, das wird der Film des Jahres. Ja. Das wäre übrigens auch eines der letzten Dinge, die ich tun würde, wenn ich sage, bald ist es aus. Ich möchte nochmal in eine Höhle gehen. Ja, würde ich auch so machen. Und Fledermäuse jagen. Ja, ja, doch. Das ist ein gutes Ende. Ja, würde ich auch so machen. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Also, sehr inspirierende Folge. Wie gesagt, 100.000 Euro sammeln wir. Und dann kommt der Film. Lasst einen Daumen hoch da. Abonnieren ist kostenlos. Achso, wenn ihr das Video jetzt gerade guckt, nachdem es online gekommen ist, bin ich wahrscheinlich live auf Twitch. Also, kommt mal vorbei. Ja, hey, mal. Was wollt ihr denn noch? Was wollt ihr denn mehr? Guck mal hier. Ist jetzt live. Guck mal hier. Eine Runde zocken. Link auch nochmal abchecken, ne? Für Basketball. Ja, natürlich. Also, Werbung muss sein, Leute. Werbung muss sein. Macht's gut. Wie gesagt, Abo ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Boah, was ein Über-Timing, Alter.